Das ist Julian der Magier. Er verwandelt heute 100 Mauritius Winterbier-Kronkorken in ein Räuchermännchen. Schauen Sie genau hin. Und jetzt verraten wir Ihnen, wie der Trick funktioniert. Die Winterbier-Kronkorken müssen ganz einfach umgetauscht werden. Für 100 Winterbier-Kronkorken gibt es das Original Mauritius Räuchermännchen Nummer 3. So einfach geht der Trick. Der Rest war Fingerfertigkeit und reine Schöpfung. Ein Schluck Heimat.